Schön, dass ihr wieder reinschaut bei TweakPC. Heute bei uns der Silencium PC Fortis 3 in der RGB-Variante. Ein schicker Kühler mit Beleuchtung, soll sehr leise sein und die Arbeitsspeicherslots freilassen. Das Ganze für so um die 40 Euro. Ob das ein gutes Angebot ist und ob da was für euch ist, das schauen wir uns jetzt an. Keine Panik bekommen, den Kühler gibt es natürlich auch in einer moderneren RGB-Variante. Was sind die Unterschiede zwischen den beiden Varianten? Nun, die Beleuchtung natürlich. Hier einmal 4 Pin 12 Volt, die neuere Variante 3 Pin 5 Volt und die Minimaldrehzahl der Lüfter hat sich geändert. Bei dieser Variante, die wir hier testen, 500 Umdrehungen, bei der neueren Variante 250. Ansonsten sind die beiden Kühler technisch identisch. Der Fortis 3 kommt dann mit einem netten kleinen Zubehörpaket zu euch nach Hause. Montagematerial für alle gängigen Sockel, außer dem TR4-Sockel. Es gibt ein zweites Paar Lüfterklammern dazu, also ein Push-Pull-Betrieb ist theoretisch möglich. Eine Tube-Wärmeleitpaste ist dabei und ein kleiner Nano-RGB-Controller, falls ihr kein entsprechendes Mainboard zu Hause haben solltet. Und was ich auch sehr nett finde, das ist eine Anleitung, die euch beisteht, wenn ihr den Kühler montieren möchtet. Der Kühler selbst ist ein Einzelturmkühler, wiegt so um die 800 Gramm. Er ist dann 15,8 Zentimeter hoch. Den Abschluss nach oben bildet eine schwarze Deckelplatte. Die Heatpipe-Matten sind zudem auch mit schwarzen Kappen abgeschlossen. Sieht schick und dezent aus. Auf der Unterseite setzt man auf Heatpipe-Direct-Touch-Technik. Wir haben hier 5-6mm-Heatpipes. Das Ganze ist sauber verarbeitet und auch schick vernickelt. Sieht also gut aus und ist zudem für Schmutz und Korrosion dann auch geschützt. Und auch beim Kühlkörper an sich interessant. Er bietet ein asymmetrisches Design, lässt somit also eure Arbeitsspeicher-Slots nach oben hin frei. Was ihr allerdings beachten müsst, wenn ihr etwas breiteren Arbeitsspeicher, was die Kühle angeht, einsetzt zum Beispiel Corsair Dominator, kann es sein, dass die Arbeitsspeicher den Lüfter berühren. Ist nicht weiter tragisch, sei an dieser Stelle nur erwähnt. Und ansonsten haben die eigentlichen Kühlamellen einen Abstand von circa 2mm. Für Frischluft sorgt dann ein hauseigener 140mm-Lüfter. Der wird über ein PWM-Kabel angesteuert. Das ist zudem schwarz gesleeved. Die haben einen standardmäßigen Kunststoffrahmen. Das ist ein 140mm-Lüfter, allerdings mit 120mm-Wohrungen, der mit zwei Klammern einfach am Kühlkörper fixiert wird. Wie angesprochen optional könnt ihr auch einen zweiten Lüfter hinten draufpacken, wenn ihr einen Push-Pull-Betrieb fahren möchtet. Der Lüfter hier bei unserer Variante hat, wie angesprochen, einen Drehzahlbereich von 500 bis 1400 Umdrehungen. Deckt also so ziemlich alles ab, von ein bisschen mehr Performance bis sehr leise. Bei der ARGB-Variante sind es dann als Minimat-Drehzahl eben unten 250. Und was optisch natürlich nicht fehlen darf, das ist ganz klar eine schicke Beleuchtung. In unserem Fall jetzt einfach nur einfarbig blinken, pulsend oder sonstiges, weil es eben ein 4-Pin-RGB-Lüfter hier ist, was die Beleuchtung anbelangt. Bei der modernen Variante könnt ihr natürlich dann selbst Hand anlegen mit Mainboard-Software oder auch diversen Controllern und die Effekte nach euren Wünschen da genauer anpassen. Kommen wir zum Thema der Montage. Da hilft euch die gut bebilderte Anleitung immer weiter. Bei den Mainstream-Sockeln 1200 als auch AM4 setzt man hier auf eine Multi-Backblatt aus Kunststoff. Die wird dann mit den Abstandshaltern und den gewünschten Bügeln für AMD oder Intel bestückt, Wärmeleitpaste aufgetragen und der Kühler draufgesetzt. Was beim Kühler-Design auch sehr schön ersichtlich ist an dieser Stelle, wir haben hinten diesen V-Einschnitt, das sieht nicht nur ein bisschen schicker aus, sondern hat auch einfach eine praktische Funktion, denn da befindet sich unten die Endmontageschraube, wo ihr dann mit einem relativ langen Schraubendreher das problemlos reinschrauben könnt. Schraubendreher ist ein gutes Stichwort, den braucht ihr für die Montage, sonst kommt ihr nämlich da zum Teil nicht an die Schrauben dran und auch der Lüfter muss für die Montage vom Kühlkörper abgenommen werden. Und auch nochmal sehr schön ersichtlich hier, eure Arbeitsspeicherslots bleiben frei, kann allerdings je nach Rahmen, was ihr zu Hause habt, sein, dass er eben mit den Kühlkörpern den Lüfter berührt, ist nicht weiter tragisch, muss allerdings an dieser Stelle erwähnt werden. Thema Kühlleistung, dahinter lässt der Fortis 3 in der RGB-Variante bei uns einen soliden Eindruck, gibt es nichts groß dran auszusetzen, ist allerdings jetzt auch nichts Besonderes, hält euren Prozessor auf angemessenen Temperaturen und das könnt ihr euch hier im Vergleich zu anderen Konkurrenzprodukten auch noch etwas genauer ansehen. Thema Lautstärke, auch hier hinterlässt er einen soliden Eindruck, mit maximaler Drehzahl ist er aus dem System wahrzunehmen, dezent, je nachdem wie empfindlich ihr natürlich da seid, könnt ihr ihn allerdings auch problemlos runterregeln und ihn in einem Silent-System einsetzen. Silencium-PC hat mit dem Fortis 3 einen grundsoliden Kühler im Angebot, gut verarbeitet, lässt sich relativ einfach montieren, Arbeitsspeicherslots bleiben frei, ihr habt bei der RGB-Variante einen schicken und beleuchteten Lüfter dabei, der ist zudem auch angenehm laufrund, maximaler Drehzahl, wie angesprochen, wahrnehmbar. Kühlleistung ist solide, passt soweit, allerdings auch nichts Besonderes, preistechnisch das Ganze über 40 Euro, für meinen Geschmack ein Ticken zu teuer, so 5 bis 10 Euro, niedriger im Preis, dann ist es durchaus eine Empfehlung wert, so ist in meinen Augen einfach ein Kühler unter vielen, den man sich einbauen kann, allerdings nicht muss. Ja, wie sieht's bei euch aus, wie findet ihr den Silencium-PC Fortis 3 RGB oder auch die ARGB-Variante, habt ihr Fragen, Einregungen oder sonst etwas auf dem Herzen, dann nutzt sehr gerne die Kommentarfunktion unter diesem Video, da freuen wir uns immer sehr drüber und ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen, über ein Abo und wenn ihr die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr keines mehr unsere Testvideos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei TweetPC einfach wieder.